Hallo, es kommen wir bei Dessert Domaneil, ein kleines Infovideo. Es kommt heute diese Deluxe Box als Video von Poshido CCN3. Warum die? Eigentlich hatte ich geplant, die von manchem Auge des Tierers zu holen, aber ich war gerade bei Media Max, wie der Plan heißt und doch, wo ich überhaupt noch bin. Spielrad Richtung Bahnhof nach Bethesda zu fahren. Auf jeden Fall die Box von Auge des Tierers von Manchu war in der Zeit gerade nicht da. Deswegen musste ich mich jetzt eine andere Box umzahlen. Freut euch auf die Box, dann kommt noch ein Zauberwiffel Video. Für einen Euro habe ich mir ein Zauberwiffel geholt. Ja, freut euch auf die zwei Videos. Das war meine Video-Zau und das ist dann. Das war meine Video-Zau und das ist dann.